Hallo? Na, wie sagt meine Franken? Hellau. Na, das geht ja gut. Verlosen dreimal... Ich verliere schon das Obst. Hellau und Hallo aus den Ansbacher Kammerspielen. Die Kammerspiele und Fränkischer verlosen dreimal zwei Tickets für den traditionellen Weiberfasching. Nächste Woche Donnerstag, 20.02 Uhr, 20.30 Uhr mit Jigga Jam, Livemusik von Jigga Jam und danach DJ Sammy. Party bis um 3 Uhr. Es wird gefeiert, der große Weiberfasching. Nicht nur für die Damen. Herren sind natürlich auch herzlich willkommen. Was müsst ihr tun, um die Freikarten zu bekommen? Kommentiert einfach drunter, wer eure Begleitung sein soll. Und dann ist das Losglück euch vielleicht holt und wir feiern nächste Woche im Kostüm Weiberfasching in der Kammer. Und bis dahin... Hellau.